Oh, wo ist die? Ma, den Zidane Headkick nur einfach am Boden liegend, ja. Auch eine spannende Variante. Iago Aspas. Das Bild ist godlike. Er so, äh, und Iago Aspas so. Ja, ich hab's sehr gut nachgemacht, finde ich. Also, top. Roter Karton, roter Karton. Zlatan, Zlatan. Gegen Kier. Ja, ist das Fenerbatsche gegen Manchester United. Und er sagt Simon Kier, was er davon hält. Und Simon Kier ist selber ein sehr, sehr harter Brocken mit den Tattoos. Nein, Rosi Mourinho da hinten noch. Da will sich keiner einmischen. Das wünsche ich keinem, in der Situation zu sein. Geh weg von mir, Schiedsrichter. Geh weg von mir.